Herzlich Willkommen zurück zu Lauf! mit 1000 Zombies am Arm Letztes Mal hat's mich ja rausgekickt da bin ich gleich wieder rein und da waren gleich so viele Zombies zu mir hat ja nichts gemacht hier während ich raus bin hier keine Zombies erschossen und uns den Rücken freigehalten Nö, seh ich gar nicht ein Galt mir bessere Waffenhammer schießt wie ihn Oh guck, oh, da hat's einer nicht geschafft mein Onkel Harris Oh, da hast du noch Platz, da ist noch eine Waffe drin in der Waffe hab ich immer Platz ich hab jetzt noch bisschen Munition hier weil die Dosen braucht kein Schwein weg so wir sind immer noch auf dem Weg ins nächste Bion hoffe es kommt bald das Biom hast du überhaupt noch Wasser und so? Ne aber ich war ja, ich habe jetzt Durchfall Stimmt brauchst du Tee und Antibiotika dann brauche ich jetzt, da brauche ich ja nur eins oder? zwei Krankheiten ja Antibiotika halt aber da hab ich doppelt so viel Spaß das halt mir dann mein Arsch und mein Darm und mein meine Haut ja, aber das finden wir schlecht und Tee geht relativ schnell zu machen sobald wir mal in den grünen Biom sind und ähm gelbe Blumen finden du scheiße da vorne kommt eine Kreuzung hallo du kennst den Weg hast vorhin gesagt ich kenn ich den Weg? hast du vorhin gesagt wollte nach dem Weg fragen aber die netten Herrschaften haben gesagt nee wir wollen dich aufessen ja das sind sie ganz groß drin was ne 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 naja nur das leichte beim reanimieren durch die probleme ich sterbe glaube ich oder hätte du darfst sterben 6 kamen von hinten ich habe ach so das war nicht so gemeint das war okay ich habe 15 schuss und hallo oder daneben das neue freund kunde ja aber der ignoriert sich irgendwie wasser wenn du was auch schon sagst ich habe acht wasser wo denn hier bei seinem bauch ja ich weiß es ist irgendwie so eine eiterbeule oder so ich weiß es auch du bist ekelhaft würden sie sich bitte von meinem auto verpisten ließ ja schaufel ist gut ich meine ich denn dafür weg ich gehe mal hinten alles unnötig mitzunehmen ja alles dann schon mit guck mal die haben hier und kommt auch nicht rein müssen was zerschlagen ich habe da irgendwie was im urin das da war essen drin ist und ich hole meine achts strauß ich habe meine achts wird geht kaputt ja müssen wir eine neue machen ich hau jetzt die fensteine ich glaube das geht schneller oder auch nicht wirklich ja vor allem weil ich halt keine stamina habe in dem scheiß biohessert hier hallo jemand da auch hier sind schöne möbel wo was war das warum habe ich schaden bekommen ich weiß es nicht hast du genug zu essen und so ach ne hab ich nicht hallo sagst du was zu essen ähm ne das ist nix zu essen ne schmier oder ne schmier oh oh das geht knapp moment ich habe hier was nimm hier auf dem boden ich gebe dir das gute und ich esse es hundefutter oder katzefutter weißt wasser auch noch hier komm her ich hätte leere wasserflaschen ich hätte die auffüllen sollen ja was bringt ja wir müssen es eh aufkochen ich habe auch noch zwölf auffüllte aber ah warum lecken der TS zu gute frage bei mir gar nicht ne da jetzt fliegt los mit schon wieder aus dem spiel oh safe 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 sind wieder nur einzelteile bestimmt drin wo habe ich denn denn TS eigentlich warte mal wo habe ich denn denn hingelegt da mal mal lernen Ja da ist schon leer. Wasser, nochmal Wasser, also verstehe ich überhaupt was durch Suche hier? Ich bin abgehackt, aber ich verstehe jetzt nicht ganz was. Du fragst mich heute, also bei mir bist du ganz normal. Wo bist du denn? Hier, ich will essen. Hier, ich hab was für dich, Moment, so geboten. Ich würd gern was bestellen. Komm, hier, kannst du lernen. Noch ein Buch, wie mach ich das? Rechtsklick oder? Ja, Rechtsklick und in die Leiste und dann Rechtsklick. So gut, Moment, wir nehmen mir den Stoff hier noch mit. Das machen wir uns dann. In der Hölle bist du hier reingekommen? Hier, durch das Fenster. Hier. Ach hier. Bin ich jetzt raus? Wieso fliege ich? Wie du fliegst? Was machst du? Oh, ich bin schon wieder rausgeflogen. Was stimmt los? Kannst fliegen. Ich hab aber, äh, Ding. Ich mach schnell mal kurz einen Stopp. Mach das. Was? Ich warte hier auf dich. Ich warte hier auf dich. Guck mal den Servernetz. Hier. Das passt wohl. Ähm. Da haben wir jetzt ein Problem. Warum? Das geht doch nicht. Hey, du machst mir Angst. Ich bin hier alleine jetzt in die Zombie-Apulipsen. Aber warum fliegst du da aber nach raus? Das verstehe ich noch. Der war auch total irgendwie schlecht. Der ist hier. Warte mal. Das ist mein Ping super. Ja. Warte mal. Ja, ich warte hier auf dich. Ah. Hau ab. Wo? Ich hasse es. Du hörst sie nur und du siehst sie manchmal nicht. Ach, da ist er. Ja, egal. Geh mir nochmal einen. Ja, wenn's nicht geht, müssen wir halt in der Stelle nochmal Schluss machen. Geh mir mal. Geh mir mal. Wenn ihr hier jetzt habt. Oh. Gravos ist wieder da. Press Enter. Hallo? Oh. Hä? Hast du jetzt gleich was gelernt? Ja, es hat's nicht gleich angenommen hier. Ach so. Am letzten Mal. So. Hallo. Komm. Wir können weiterdenken. Oh, jetzt gleich wieder weiter. Ja. So. Dann müssen wir der Straße weiter folgen, oder? Gucken wir mal, was wir finden. Das ist schon 12 reinmischt. Und ich brauche hier noch einen Stock. Ich brauche hier noch einen Stock. Oh. Ich muss mit an eine neue. Hilf und die Rosette vom Kacken weh. Hahaha. Wo war ich denn schon wieder rum? Ja, warte mal. Ich muss... Ich muss... Ich muss ein Stone-Aus wieder machen. Oh, scheiße. Moment. So. Und jetzt bitte Stone-Axt. Stone-Axt. Ja, irgendwas herumlaufen. Hallo. Oh, war aber nah bei mir. Er wollte nur Hallo sagen und sein Haus hier verteidigen. Ja, ist auch viel übrig geblieben. Ja. So. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Bei dem Feuer alles verloren. Ja, da ist wieder ein Haus. Guck mal. Ich finde relativ viele Häuser. Sonst habe ich noch... Oh, oh, oh. Hunde. Wo? Au. Stirb. Stirb. Boah, jetzt blute ich auch noch. Drecks Hund. Boah. Ich hasse sie. Boah. Ich hasse sie. Ein dicker ist auch noch da. Meistens bin ich dann in die Garage hier reingefahren. Von da ist mein Haus. Ich muss mich bitte aus meinem Haus verpieseln. Danke. Auf Wiedersehen. Sagen wir, wie hell in der Dicke aus? Gibt's so nicht? So, endlich. Achso, bist du schon drin und lässt mich hier alleine kämpfen? Äh, nee. Sack. Oh, meine Achse ist kaputt. Guten Tag. Nee, ich wollte nicht in das Haus einbrechen hier. Ich verschwinde erst später. Wiedersehen. Sie haben Post bekommen. Gucken Sie mal. Da ist sogar ein Brief drin. Für Sie. Wiedersehen. Mensch, damit tue ich ihn beruhige jetzt. Oh, bitte. So. Vorsicht. Wie darfst du dir kommen? Guck mal. Hier ne Axt machen. Ja. Ich kämpf so lang für dich mit. Hallo. Was? Habe ich Gras noch? Nö. Ohne Axt. So. Dann können wir ja jetzt in das Haus rein. War da noch jemand? Oh, das hat er schon alles direkt übernommen? Nice. Ja. Also wenn du es einmal gebaut hast, dann tue das Speichern. Äh, okay. Ach, da unten ist ja die Leiste. Sind da jetzt noch bis hin? Ja, ich denke mal. Du brauchst gar nicht da so herumkriechen, du. So. Oh, hier ist sogar die Tür schon offen. Guten Tag. Versicherung bezahlt diesen Schaden nicht. Hm? Ist wieder dieser Fernseher kaputt gegangen. Schon wieder? Hallo? Irgendjemand hat sich wieder drauf geschlagen. Den zweiten Stopp. Ähm, muss gucken, ich weiß noch. Toine Sorgen, hör mal, wer da hämmert. Haha, coole Serie war das. Na, hab ich nie wirklich geguckt. Ne? Kommt, Taylor? Ne. War nicht so meins. War auch nicht wirklich meine Komödie Genre. Also ich hab dann eher selten gedacht, bis gar nicht. Okay. Also ich find's immer ganz cool. So, und da ist das. Immer noch was zum zerlegen. So, mal wieder ein bisschen Platz. Ja, ich glaub das wär schneller gegangen. Ich wollte hier noch ne extra... Weißt du, jetzt geht die Luftwirkens durch. Hallo? Oh? Das gibt's doch nicht. Wir müssen doch irgendwo im Scheißhaus vielleicht? Okay. Ja, da kannst du aber deine Wassergläser auffüllen. Decker. Mhm. Rechtsglick? Ja. 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 Äh. Herr Natsa, hier ein Buch für dich erst mal. Ich hab so gescheiße. Noch ein Buch für dich. Was hab ich jetzt aufgehoben? Habe ich irgendeinen Scheiß, was hier aufgehoben? Ah ne, das hab ich wieder aufgehoben. Hier. So. So. So kann ich das nicht lernen? Hab ich das schon gelernt? Dann hast du schon gelernt, dann kannst du wegschmeißen. So. Wie lange haben wir schon wieder, Natsa? Du hast die Uhr im Blick. 13. Also ich. Ich weiß nicht, wie lange du... Hast du auch auf Pause gedrückt? Nein. Dann hast du ein bisschen mehr. Ich hab ja hier überleben müssen. Ja stinkts. Ach, hier wär Ego. Hallo? Gut. Weiter geht's. Dann, 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 dann. Wir werden doch mal jetzt irgendein grünes Pium finden. So. Weiter geht's. Mal was essen. Lecker Thunfisch. Alter, die können ja auch einfach keine Ruhe geben, die Penner. Einfach immer irgendjemanden ins Ohr jaulen. Ach so, Moment. Ich hab ja eine Hose gefunden, die muss ich anziehen. Ich hab eine Leggings. Nein. Das passt eh besser zu deinem Charakter. Ja, ich hoffe, dass die bei kommen. Leggings. Hallo. Hallo. Ich will nur mal kurz gucken, in Ihrem Klo, ob sich hier was befindet. Ich bin Drogenfahnder. Fahnderin. Mhm. Zu dir kommt auch ein Zombie, ne? Ey, verpiss dich. Ich mein, entschuldige, ich wusste nicht, dass das Ihre Klo-Set ist. Warum von den ganzen Häusern, die verbrannt sind, existieren immer nur oder bleibt immer nur das Bad über? Warum? Hm. Welcher Idiot baut bitte ein Haus, also ein Haus rund um einen Baum? Naturliebhaber? Ja. Ja. Oh nein, Gott. Der TS lag wieder. Ich... Ja, dann machen wir an der Stelle nochmal Schluss, oder? Dann gucken, woran es liegt. Kannst du hier als Dings gucken, was mein Ping hier bei dir ist? Ähm, Moment. Was mein Ping ist ja eigentlich? Ähm, 47 hast du hier. Auf Tab musst du einfach drücken. 48. Ich mein, das ist jetzt auch nicht so schlecht, aber im TS habe ich ja auch 20. Dementsprechend verstehe ich nicht, warum es laggt. Keine Ahnung. Hey! 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 Geh mal zum Friseur! Hey! Kommst du zu mir? Wo bist du denn? Ja, guck unter auf den Kompass. Ich spring hier sogar. Wahnsinn. Ja. Ich hab' ein paar... Ich seh' nichts grünes. Ach, ich sollte dich vielleicht. Wie will ich da tracken? Tracken? Ja, na na na. Jo, jetzt ist es gerade ruhig. Machen wir hier mal eine Aufnahmepause. Jo. Wird ja auch so. Aber komm mal her, ich muss dir noch was zeigen. Das ist geil. Komm mal zu mir. Da wächst ein Stein durch. Neues Haus. Durch die Tür. Durch alles. Ach, da unten bist du. Ich war auf dem Berg. Ja. Und durch die auch wieder. Wohl, ich hab' schon immer wieder. Komm mal. Scheiße, cool. Das ist ganz schwächsmeißer, das Ding. Oder so. Ja, das ist für PvP, das äh... Ich sterbe. Ich sterbe. Da hast du nix mehr zu essen. Nee. Komm her. Komm her. Hier. Wo ist Fleisch? Blut. Und Hundefutter. Das ist das letzte was ich hab. Lecker. Gut. Gut. Dann machen wir an der Reststelle erstmal Schluss. Aber ich würde hier sagen mal... Ich misch hier oben. Ja. Ich komm mit. Ja. So. Ja. Dann müssen wir nachher nur gucken, dass man in die richtige Richtung läuft, ne? Gucken. Dann guck ich mal, was... was es hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.